Hi, und zwar möchte ich euch heute meine Lieblingsbatterien von 2014 und 2015 vorstellen, also vom letzten Silvester. Es kommen nur die Batterien an die Reihe, die ich auch selber geschossen und halt live gesehen habe. Platz 4 ist das schlechteste und Platz 1 natürlich meine absolute Lieblingsbatterie von letztem Jahr. Viel Spaß jetzt nun dabei. Platz 4 Hier befindet sich die Veko Gorilla Attack. Das ist eine 90-Schuss-Kloromold-Batterie. Nun kommen wir zur Nummer 3. Die Nummer 3 ist die Niko Laser Lights. Eine wirklich günstige Fächerbatterie. Hatte ich letztes Jahr von 9,99 Euro bei Norma gekauft. Wird mich sehr zu empfehlen. Jetzt kommen wir schon zu der Nummer 2. Hier verbirgt sich die Leslie Slam Dunk dahinter. Eine 36-Schuss Pyromold-Batterie von der Firma Leslie Feuerwerk. Mein zweiter Favorit von dem Silvester 2015-2016. Und die ist, wie ich jetzt auf dem Video schon sage, eine absolute Spitze, die die ist. Das ist der Kloros, die Zerleger sind laut für Vereine. Mega geile Partei. Und jetzt, Numero Uno, Number One. Die absolute Nummer 1. Am einen Silvester 2015-2016. Hier verbirgt sich die Heron Cake 8 dahinter. Wie man sehen kann, eine 45-Schuss-Fächer-Batterie. Letztes Jahr noch zu einem umschlagbaren Preis von 25 Euro. Sehr laute Abschüsse. Super zerleger. Riesige Bouquets. Das ist mehr der Himmel. Das ist mehr der Himmel. Das ist mehr der Himmel. Untertitelung des ZDF, 2020